Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Wein im Herzen von Europa, meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe, die 75280 und die 75283 aus der Star Wars Sommerwelle 2020. Ich bin ganz aufgeregt. Da sind Clones dabei und da sind Blaster dabei und sogar auch noch ein paar Teile, die keinen interessieren. Es ist ja unfassbar. Ich glaube, wir müssen drüber reden. Vor allem wisst ihr ja, die Sets sind jetzt im Handel gestartet, gerade Anfang August. Lego hat wahnsinnige Logistikprobleme, weil sie nichts auf die Kette kriegen. Deswegen sind wesentlich zu wenig Sets im Markt und ein Riesenthema, Lego weiß nicht, dass diese Sets gut sind. Der Markt sagt es ihnen gerade und wir haben große Probleme jetzt irgendwie als Händler Ware zu organisieren, damit wir sie verkaufen können. Das habt ihr auch bei mir am Wochenende gemerkt. Ich war leer. Ja, an den beiden Sets, da war gar nichts zu machen. Das ist natürlich sehr traurig. Tut mir vor allem leid, die keine abbekommen haben, aber dennoch kein Grund, absurde Preise irgendwo zu bezahlen. Das Zeug kommt natürlich nach. Lego hat da seinen Produktionsrhythmus. Die Dinger werden dann für 20 Euro im Angebot rumliegen. Also kein Stress. Momentan Liste 30, Liste 40. Das wird sich alles ändern. Ganz entspannt, ganz ruhig bleiben, tief durchatmen. Sie werden hoffentlich auch lange im Markt bleiben, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. 260 Teile, 270 Teile. Vier Figuren, sechs Figuren. 30 Euro, 40 Euro. Also entweder ist das hier ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für alle Star Wars Fans oder Lego weiß es wirklich nicht, was sie tun. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ist mir auch vollkommen egal. Weil ich freue mich einfach, dass das blinde Huhn einen Kong gefunden hat und wir ein schönes Set bekommen haben. Es ist das erste gute Set bei Star Wars. Also so tatsächlich so zum Spielen. Es gab hier und da mal einen Lichtblick. Es ist, würde ich sagen, das erste gute Set so seit 2013. Also dass man auf dem Level ist. Dazwischen war man schon über ein Mittelklasse-Set so begeistert, dass man gesagt hat, oh, ein super Set oder so. Es gab ja zum Beispiel das Clone Trooper Jedi Battle Pack Schwachsinn Set, was auch super war von dem Level aus betrachtet, wo Star Wars mittlerweile leider angekommen ist. Das hier ist tatsächlich ein sehr gutes Set. Das hier ist tatsächlich ein sehr gutes Set. Wobei ich sage, das hier wäre mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis früher so als normale Mittelklasse mitgeschwommen. Da hätte man sich gar nicht groß Gedanken drum gemacht. Und jetzt denkt man sich, oh mein Gott, ist das gut. Die Abenteuer der Rückseite. Ja, also alles soweit. Alles okay. Es sind Teile dabei. Ich weiß nicht, soll man ein bisschen auf die Teile eingehen? Hört mir noch irgendeiner zu, nachdem ich die Figur in die Kamera gehalten habe, dass da Teile dabei sind in irgendeiner Form. Anders. Schmeißt irgendjemand die Teile nicht weg, wenn er das Set kauft? Das wäre vielleicht auch spannend zu wissen. Es wird jetzt hier, das ist ein Bugspeeder. Also ich meine, die beiden Sets 75-002 von 2013, 75-012 von 2013. Das waren die eigentlich. Die Dinger, sagt ihr Star Wars Fans wie immer, sind viel zu groß. Die müssten viel kleiner sein. Ich glaube euch da einfach mal. Hier ist ein Stud-Shooter dabei. Hier sind übrigens auch Stud-Shooter dabei. Hier ist die Verwendung eines Stud-Shooters sinnvoll und akzeptabel. Nicht in der Hand einer Figur, aber so einem Modell. Absolut akzeptabel, wenn man Spaß dran hat. Kann ich hier auf irgendwas eingehen, teilemäßig, was spannend ist. Also ich meine, hier sind auch nochmal zwei Blaster. Darf ich übrigens an dieser Stelle kurz sagen, dass dieses Set 75-280 für 30 Euro mit sechs Figuren und 260 Teilen sieben Blaster an Bord hat. Sieben. Sieben Blaster. Habt ihr meine Übersicht, welche Sets sieben Blaster zur Verfügung haben? Also ich hab's, deswegen sag ich's euch. Es gibt einen MMT, der hat mehr. Es gibt einen Battle-Droid-Carrier, der hat mehr. Also, ne? Und, ähm, also Battle-Droid-Carrier gab's in zwei Varianten. Deswegen, also da, da gab's nochmal einen, dann sozusagen. 75-08-6 war der letzte. Das war aber ein Exclusive. Den hab ich natürlich in die anderen Hände nicht gekriegt, selbstverständlich. War ja ein gutes Set. Und, ähm, dann gab's noch, wie gesagt, alte, äh, die MMT nochmal, die letzte, 75-0-58. Die hat auch sieben. Und das hat er auch sieben. Das war's. Das sind alle Sets, die in dieser Kategorie spielen. Sprich, zweimal MMT und, MTT, MTT, zweimal. Und zweimal einen Battle-Droid-Carrier. Klar, weil da sind Battle-Droiden drauf und denen haben sie bisher noch keine Statshooter in die Hand gedrückt. So, das sind die einzigen Sets. Und auch beim, äh, bei der Trade Federation ist ja vorne auch so ein Ding, was man aufklappen kann. Da sind die ganzen Blaster drin. Das war's. Immer nur, wenn's um Droiden ging. Es gibt kein Set. Nicht der 400-Euro-Tode-Stern. Nicht der 500-Euro-Tode-Stern. Nichts. Kein einziges dieser dramatisch überteuerten Sets hatte so viele Blaster wie dieses 30-Euro-Set, das sogar noch sechs Figuren hat und 260 Teile. So toll ist dieses Set. Wirklich. Könnt's mir glauben. Also, ähm, hier an dem Set ist das Besondere. Also, ähm, das ist das einzig Besondere. Diese Gelenke hier. Die haben jetzt neun Zähne. Das heißt, man kann das sehr fein stufen. Das hier sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, und wir hatten vorher, ah, das sind ja die Zähne, die man hier sieht. Das rastet ja ein. Hier vorne, diese kleine Kante geht drum und wir haben jetzt sieben Schritte, also haben wir neun von diesen Zähnen da drum rum. Wenn ich mich da jetzt nicht verzählt habe, greife ich, ich glaube eigentlich schon. Oder es sind sieben Kerben und vorher waren es neun. Ach, jetzt haltet mich doch nicht fest. Ich sehe hier sieben Kerben, da waren es vorher neun, machen wir es so rum. Wir haben jetzt eine andere Anzahl an Abstufungen an diesen Dingen. Das ist das einzig Erwähnenswerte an diesem gesamten Ding. Ja, also ich würde sagen, dann haben wir über alles geredet, glaube ich. Wenn das, also würde ich jetzt mal sagen. Stellt man hin, hier ist auch noch so ein Ding, weiß nicht, ob der da hingehört oder nicht. Das entscheidet ihr dann. Ihr erzählt mir dann im Laden, ob es gut aussieht oder nicht. Mir ist das ziemlich egal. Hier ist ein bedrucktes Teil. Diese zweimal drei Fliesen im Blau, die können wir auch noch kurz erwähnen. Und das sind die Aufkleber, die da dran kommen. Was jetzt für mich bei Star Wars nicht so das große Thema ist, bei einem 30-Euro-Set. Allerdings glaube ich, dass ihr dieses Set euch ja wahrscheinlich so 8-24 Mal kauft. Wenn ihr dann jedes Mal das anbringt, um die hier zu bauen, glaube ich, seid ihr irgendwann stinkig. Aber gut. Ansonsten finde ich es hier ganz nett, wie der Griff installiert ist. Normalerweise haben sie hier unten einen Teil Modified mit so einer Klammer hingesetzt und den dann von oben drauf gesteckt. Das ist jedes Mal abgefallen. Jetzt ist der Griff hier hinten in der Plate Modified, die hier drunter sitzt. Das ist die wesentlich bessere Art, das zu befestigen. Wenn man seitlich dran robbt, geht es trotzdem ab. Aber nach oben nicht mehr. Man kann das jetzt hier problemlos halten. Das ist eine ganz schöne Angelegenheit. Ansonsten denke ich, nichts Besonderes dran. Nichts Besonderes in irgendeiner Art. Ganz normaler Läufer. Aber um den geht es ja auch nicht. Ich wollte nochmal auf die Figuren hinweisen. Hier, wie gesagt, die beiden Blaster, hatte ich kurz erwähnt. Der Rest Standardgrümpel. Nichts, worüber man wirklich sprechen müsste. So, weg. Machen wir jetzt erst die Figuren und wollen wir erst noch das andere Set. Ihr hört mir nicht mehr zu, wenn ich die Figuren zeige. Ich weiß das. Also schmeckt besser aus der Heldentasse. Aber alles. Ah, komm, wir sprechen über den noch. Ach so, ich messe auch gleich noch aus. Ich hol sie mir nochmal her. Ich messe gleich nochmal aus. Dann haben wir noch den Panzer. Hatten wir auch schon 2009 im Wesentlichen größer und so weiter. Ich weiß, der ist ganz okay. Das ist freischwingend hier. Einmal rundherum. Alle abballern, die da sind. Das ist hier so eine große Parabolspiegel in dunkelblau. 4x4. War früher auch schon mal auf so einem Läufer. Das ist dann so ein bisschen teurer. Ganz nett sind hier auch diese kleinen Cones. Die waren auf dem Disney-Schloss, 1740. Auch nochmal ein bisschen spezielleres Teil. Dann hier die großen... Wo waren die? Das hier waren sie doch, gell? Ah ja, genau. Das sind große Bogen, die hier drum gezogen werden. Die kennt ihr aus dem Rexelsior noch. Lego Movie ansonsten exklusiv nur für dieses Set. Immer wenn es um dunkelblau geht, ist das eine coole Sache. Das ist einfach so. An sich ist das Ding auch gut gebaut. Hier seht ihr noch das Ende eines 2x10 Bricks. Sehr schön stabil. Und hier unten die große 6x10 Platte in Dark Blue's Grey. Sowas mag ich. Aber ansonsten, das ist ein stabiles Ding. Man kann das hier auch aufklappen. Ein stabiles Ding. Direkt was abgerobbt. Das lag aber bei mir nicht am Set. Ich war ein bisschen doof eben. Vielleicht ist auch einfach die Hitze und ich werde hier gebrütet. Das kann man aufklappen. Und genauso kann man das hier unten aufklappen. Da ist sogar nochmal ein bedrucktes Teil drin. Das ist ja hier. Ja, kann man so einen Druiden reinsetzen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob der besonders gut ist oder nicht. Das ist aber auch alles okay. Was noch ganz nett ist als Funktion. Ihr seht es hier schon, hier die beiden Kollegen. Das sind diese federgespannten Teile. Hier hinten haben wir den Lift-Arm-Modified. Warte mal, wie seht ihr den? Da seht ihr den. Und wenn man hier runterdrückt, alle tot. Klare Geschichte. Also gebt drauf Acht. Ich meine, das Ding heißt Panzer. Jetzt können wir darüber reden, ob da halt alle tot sind oder nicht. Natürlich sind alle tot, das ist ein Panzer. Das ist der Plan eines Panzers. Also, Hammer. Und es ist fiktiv. Wir brauchen nicht das ganze Osprey-Thema wieder auffuddeln. Das passt schon. Ich habe das irgendwie hier falsch gemacht. Das zeigt runter, das zeigt hoch. Das macht mich kirre. Damit komme ich gar nicht klar. Dann zeigt er in die falsche Richtung. Das ist nicht in Ordnung. Freunde, das ist nicht in Ordnung. Das müssen wir umbauen. Kriege ich direkt Zustände, wenn ich das sehe. Was habe ich denn da wieder zusammengestümpert? Halt. Jetzt auch wieder falsch. Hatte ich es doch eben richtig. Interessant. Egal. Hauptsache dran. Hauptsache es klickt rein und wir sind glücklich. Und das ist ein stabiles Set übrigens. Nein, das ist wirklich stabil. Wenn man sich nicht dumm anstellt, funktioniert das alles einwandfrei. Aber nichts, wie gesagt, worüber man irgendwie nach Hause schreiben müsste. Und jetzt machen wir noch. 22 Zentimeter. Freund, es heiß hier. 14 Zentimeter. Ich bin immer noch nicht glücklich mit dem Ding hier. Höhe 13. 18. 8. 10. 20. Na, komm, habe ich 20 und halb vielleicht. 5. Und 5. So, das hat aber jetzt eigentlich überhaupt niemanden interessiert. Wir haben hier 6 und hier 4 Minifiguren. Also eine Ahsoka Tano lag gemütlich bei 50 Euro. 50 Euro. Aus der Version aus dem 75.013 zum Beispiel. Es gab da noch eine ältere, die war günstiger. Aber das ist so, die coole, die man haben wollte, war in dem Bereich. So ein 501er, also die jetzt liegen ein Stück so bei 8 Euro, aber die alten waren auch aus der 75.004 zum Beispiel. Da war auch noch der Pilot dabei. Oder aus der 75.002 20 Euro. So, kein Problem. Also nur mal so für die Einordnung, wo wir liegen. So in diesem gesamten Universum. Und jetzt gucken wir mal. Hier, ganz normal. Habt ihr einen Fokus drauf? Ja. Ganz normale Druiden, aber natürlich mit Waffe. Coole Sache. Dann der hier mit der Verlängerung, diesem Kerzenhalter noch dabei. Ich packe es auch gleich nochmal aus. Keine Sorge. Ich drehe es auch nochmal um. Ihr werdet alles sehen. Ich muss mal, ich komme noch ein bisschen näher ran, oder? So, und jetzt guckt euch mal die Helme an. Das ist ja eigentlich auch der große Unterschied, dass die jetzt diese grauen Wangen. Oder hier der Kollege, der hat ein Jetpack, dass die jetzt diese blauen Wangen da haben. Wir haben aber gleich noch einen großen Trick. Was ich jetzt immer gehört habe, ist hier das Mittelteil zwischen Körper und Beinen ist weiß. Das war vorher schwarz. Ebenso haben die jetzt hier weiße Arme, der hat blaue. Das ist natürlich ein tatsächlicher Unterschied, über den man sprechen muss, glaube ich, wenn man hart im Thema ist. Ansonsten ist es einem egal. So, einfach nur, dass ihr mal zwei gesehen habt und ich drehe den hier auch nochmal um. Das sind die Rückseiten. Das sieht alles ganz cool aus. Und jetzt kommt noch ein großer Punkt. Und ich habe meinen Kashyyyk Trooper mitgenommen. Einfach nur, damit ich irgendwen dabei habe. Was wollte ich euch jetzt so um? Schaut euch mal den Kopf an. Und das ist für mich als Star Wars ist mir jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Aber ich finde den Kopf ja hundertmal besser jetzt. Jetzt wäre der Fokus wieder nett. Findet ihr nicht auch? Ich fand dieses Grummel-Klon-Gesicht nie so sinnvoll. Vielleicht weiß ich nicht. Keine Ahnung, war es das? Und ich habe es nur nicht verstanden. Das andere war mir zu breit. Das von damals, von 2013, aber jetzt aus der 75206 oder irgend so was. Das war so knurrig. Und jetzt das hier. Ich finde das cool. Ich finde den Farbton auch gut. Oder? Was meint ihr? Ich finde das eigentlich alles ziemlich in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Verbesserung ist. Mir fällt es halt so auf. Und natürlich reden alle drüber. Und ich denke mir, ja, sieht doch gut aus. Und keine Wendegesichter. Ich nehme jetzt hier bei dem Kollegen nochmal Jetpack ab, damit ihr auch hier die Rückseite von dem Körper seht. Die ist nämlich ein bisschen anders. Ich muss ja nicht schon mal über Figuren reden. Das ist überhaupt nicht meins eigentlich. So, mir geht es doch um Teile. So, auch nochmal den Rücken, den man nicht sieht, den schönen blau angepinselten. Aber ich finde es nett, dass es dabei ist. Was mich stört, ist halt dieser Gürtel hier, dass der weiß ist. Warum ist da nicht drüber gedruckt? Das finde ich ein bisschen komisch. Dieser ganze Gürtel könnte doch eins weiter unten sitzen, über diesem Streifen. Das ist ja ein separates Teil, wo man dann, also was halt oben an den Beinen dran ist, was hier den Knick der Figur macht. Und das könnte man doch auch bedrucken, hier oben die Kante. Das wird ja zum Beispiel bei der Ahsoka gemacht. Und das sieht, finde ich, ganz cool aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Vielleicht ist das anders. Vielleicht sind die in der Serie so, dass die da so einen weißen Streifen haben. Ich will da gar nichts gesagt haben in irgendeiner Form. Ich dachte einfach nur, es wäre ganz cool, wenn das bedruckt wäre. In meiner Ahnungslosigkeit. Was weiß ich. Ja, also das sind die Figuren. Jetzt mal ernsthaft. Also 260 Teile für 30 Euro bei Star Wars hat man normalerweise zwei Figuren dabei, die man nicht mal besonders gut findet. Und jetzt haben wir sechs Figuren dabei, die alle gut sind. Und ich finde, es ergibt keinen Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich freue mich. Alle Händler werden sich freuen. Ich hoffe, vielleicht haben die großen Vertriebler bei Lego ein bisschen Hirn übrig. Also ich meine jetzt einen Kaufhof und so. Und also ramschen das Set nicht raus. Aber sie werden es trotzdem tun, weil die ja auch nicht wissen, dass das gut ist. Das Set hätte eine 40 Euro Liste haben können. Man hätte es für einen Listenpreis verkaufen können. Und alle wären hin gerannt und hätten es gekauft. Alle. Und es ist auch okay, wenn man einen Listenpreis hat, hat man eine gewisse Marge. Ich gebe ja immer ein paar Prozente drauf. Legt dann 25, 26 Euro und so. Alles in Ordnung. Aber man muss es nicht auf 18 runterfeuern. Und das wird dort unten landen, weil sie es nicht wissen. Ich finde das herrlich. Aber egal. Ist schön für euch. Wenn ihr eine riesige Armee, 501er aufbauen wollt, das ist euer Tag. So. Und dann kommen wir hier mal hier rüber. Hier haben wir jetzt natürlich ihn als Superspecial. Warte mal. Die haben das auch anders benannt. Ich habe das bei dem Set nicht verstanden. Helft mir da bitte. Dafür sind ja die Kommentare da. Und ihr wisst doch alles. Ich weiß nichts. Das ist Ahsoka's Clone Trooper. Ich finde immer noch Ahsoka. Fände ich schöner. Aber egal. Ahsoka's Clone Trooper. Und der kommt ja auch aus irgendwas. 2, 33, 3, 32, 3, 23. Irgend so eine 3-2er Kombination. Und dazu haben wir einen Battle Droiden und einen AAT Driver Battle Droiden. Also ist der Battle Droide. Ihr wisst ja Bescheid. Und ich verstehe nicht ganz. Es sind auch exakt die gleichen. Haben die nicht früher so bei den Piloten oder sowas. Die hatten dann auf einmal so einen gelben Torso oder irgendeinen Punkt noch auf dem Kopf oder so. Die Dinger gab es ja im Gunship schon von 2,19 waren die ja drin. Die sind ja keine neuen Figuren. Ich frage mich jetzt nur, was hier los ist. Aber auch wieder Blaster, Blaster, Blaster. Ist das nicht super? Und natürlich sie hier. Ich nehme mal die Lichtschwert. Könnt ihr euch ja denken, dass da ein Lichtschwert dabei ist. Ist ja nichts Besonderes. Und die nehme ich mal. So, einmal drauf. Ich finde ihn ja schon ziemlich cool. Muss ich sagen. Mit dem orangenen Helm. Hat er sich einfach mal von seinen. Ansonsten exakt die gleiche Figur übrigens für die gegenüber. Also gar kein Torso. Auch komplett gleich. Alles gleich. Kopf gleich. Es ist nur oben diese orangene Zeichnung. Und jetzt werde ich. Das haben doch auch damals alle Kinder immer gemacht. Haben ihre normalen Klone genommen. Und die dann angemalt. Damit so Commander sonst was Special irgendwie irgendwas geworden sind. Und genau das gleiche wird auch hier passieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Dass die normalen, die man dann dreimal hat. Dass einer davon dann so ein orangener wird. Mit dem schönen Edding da gesessen. Und mit dem Filzstift irgendwas Gruseliges drauf gemalt. Wenn die wüssten, dass ihre alte kaputt gemalte Figur jetzt 40 Euro wert wäre. Und die haben sie irgendwie auf 40 Cent Schrott wert runter gepinselt. Also normaler Kopf brauche ich euch ja nicht zeigen. Wisst ihr ja. Habe ich euch ja eben schon ausführlich dargestellt. So, und jetzt guckt mal. Und hier ist der Gürtel bedruckt. Und das finde ich ist doch richtig cool. Und das hätte man doch hier auch machen können. Dass der hier da drüber geht. Oder? Da, da. Ich finde es sieht gut aus. Und hier ist auch ein Wendegesicht dabei. Guckt ein bisschen freundlicher auf. Der andere Seite war es ein bisschen grimmiger. Ich weiß jetzt gar nicht, welches das Dauergesicht sein soll. Ich weiß ja nicht. Ist die nett? Ist die hart drauf? Ich habe keinen Schimmer. Und dann natürlich dieses super Gummi-Tintenfisch-Haarteil. Und alle sind happy. Alle sind dabei. Also es ist jetzt so. Für einen Händler ist dieses Set ein No-Brainer. Natürlich kauft man es. Natürlich kauft man es in Mengen, wie es halt lieferbar ist. Problem an der Sache, wie ich schon eingangs sagte. Es ist natürlich künstliche Verknappung. Natürlich Lego möchte die Begehrlichkeiten wecken. Und deswegen muss man am ersten Tag hingehen. Am besten vorbestellen. Am besten Lala. Alles Unfug. Sie wissen nicht, dass das ein gutes Set ist. Sie sind jetzt überrascht davon, dass das so gut aufgenommen wird. Wobei sie sechs Figuren reinhauen. Ein 30er Set. Das müsste zumindest denen irgendwann mal der Controller gesagt haben, dass hier gerade ein bisschen Geld flöten geht. Warum das andere Set 40 kostet, verstehe ich nicht. Ich hätte eher den Tank für 30 rausgefeuert und das andere Set für 40. Das würde für mich mehr Sinn ergeben. Also Teile wertmäßig und vor allem Figuren. Hier sind einfach zwei Figuren mehr drin. Zwei Battle Royale hier. Die sind auch da. Da, einer hier, einer da. Dann eine Special-Figur und drei von denen. Ich finde, dieses Set hier hat einen höheren Wert. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall. Versucht es bitte nicht bei mir zu reservieren. Ich habe bestellt. Ich weiß nicht, wann es kommt. Ich weiß auch nicht, wie viel kommt. Es sind ja Bestellungen, die sind schon lange, 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 lange getätigt. Die poltern noch rein. Ich werde immer noch die Bestseller nachbestellen. Ich werde aber keine Sets mehr zum Marktstart ordern. Und da dieses ganze Elend, dieser Zirkus, den Lego da macht, mir wahnsinnig auf den Keks geht. Und meinen Kunden auch. Und wo laden Kunden ihren Frust ab? Bei Lego? Nein, davon sind sie Fans. Bei mir und bei anderen Händlern. Und da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich warte einfach, bis dieses Set soweit verfügbar ist, dass ich 200, 300 bestellen kann. Dann order ich sie rein. Dann habe ich es bei mir im Laden. Alles davor ist Unfug. Und solange Lego das sich auf die Kette kriegt, order ich halt nicht mehr. Na, passt schon. Wenn es genug machen würde, würde sich was ändern. So entledige ich mich nur einfach des Frusts. Und das langt für mich persönlich schon völlig. Also ich freue mich darüber. Ich werde das jetzt nicht ins Schaufenster stellen, weil sonst kommen alle und sagen, ich hätte es gerne und ich habe es gar nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall darüber gefreut. Das tatsächlich. Wir können jetzt ja auch einfach mal optimistisch sein und sagen, warte mal, ein Schwert macht es immer nach hinten. Wir könnten mal optimistisch sein und sagen, vielleicht kommt Star Wars ja wieder in die Spur. Denn 2012, 2013, teilweise noch 14, waren die letzten guten Star Wars Jahre bei Lego. Und wer weiß, vielleicht ist das ja der Beginn einer Ära wieder. Dass Star Wars wieder lustig wird und gut wird. Dass man die Sets wieder gerne hat. Dass man sich darauf freut, wenn neue kommen. Und dass man nicht ständig den Kopf schütteln muss. Das wäre, also die beiden Sets haben in diese Richtung viel bewirkt. Möglicherweise ergibt es ein Umdenken. Sogar auch bei Lego. Und sogar bei Disney. Dass man vielleicht auf einem falschen Kurs war, jetzt so für sieben, acht Jahre. Das würde mich sehr freuen. Und mit Sicherheit auch sehr viele Star Wars Fans außerordentlich glücklich machen. Und ich weiß, dass die mit vielen Emotionen an dem Thema hängen. Und dann sollte man sich doch ein bisschen um sie kümmern, oder? Findet ihr nicht auch? Richtig. So ist es. Ich packe weg. Es war mir ein Fest. Habt eine ganz wunderbare Woche. Auf jeden Fall dürften noch ein bisschen heißer werden. Ist ein bisschen frisch aktuell. Das geht ja nicht. Richtig. Habt nette Leute um euch rum. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Vfall bleiben.